Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Reitbe. Ah, hi, ich bin Metal Marimaster. Ich bin schon wieder hier. Grüße euch zurück zur letzten Folge. Sowas war ja Spaß Ultimates. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dass ich wieder da bin, dann könnt ihr gerne gehen. Wenn ich störe, könnt ihr gerne gehen. Lass mich mal hier alles drücken, vielleicht bin ich dann erster Spieler. Nee, ich glaub nicht. Dank. Was möchtest du machen? Wir machen mal Wunsch-Smash. Ah, okay, ein Wunsch... Wunsch. Ein Wunsch-Smash. War das denn gerne? Ich hätte gerne ein Mini-Battle. Ein Mini-Battle? Ja, was möchtest du denn noch dazu haben? Für den Kopf Blume? Für den Kopf wäre ich eigentlich nichts. Gut, als Körper? Unsichtbar. Das machen wir. Okay, nehmen wir noch als Status, nehmen wir noch Reflektion. Das ist das einzige, was wir sehen werden. Ja. Du darfst die Gravitation bestimmen. Springt höher und schwebt länger. Ja, machen wir das. Okay, nehmen wir als Tempo machen wir... Nehmen wir mal schnell. Okay. Schnelles Tempo mit 1,5 Geschwindigkeit. Und machen wir mal eine fixierte Kamera. Hat geneigt? Oder was? Was ist denn geneigt? Das möchte ich jetzt sehen. Das ist von oben. Positioniert die Kamera schräg über der Stage. Wie funktioniert denn das, wenn das mehrere Dinger hat? Ich hab keine Ahnung. Machen wir das mal. Geil. Also das ist heute ein richtig geiler Special Smash. Aber wir machen Standard. Ja. Das heißt, wir dürfen alle Charaktere wählen. Ja, okay. Du darfst entscheiden. Okay. Welche Stage sollen wir nehmen? Ich will eine ganz große haben, oder? Oh nein. Ich will die ja nicht. Nein. Da werden wir uns so gut wie gar nicht sehen. Oh nein. Warum denn die Stage? Warum nicht. Ja, ich bin immer noch... Jetzt bin ich... Jetzt bin ich Spieler 2. Boah. Aha. Aha. Okay. Nur wir beide oder noch mehr? Ne, nur wir beide. Okay. Okay. Der Gamble wird lang genug dauern. Drei Versuche. Wir sind Mini und wir sind unsichtbar. Ja, ja. Geil. Ich nehme mal den Pitzchen. 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 Dafür wächst man langsam so ans Herz. Okay. So geht's. Ja, warum wir sind? Wir sehen ja nur die Maten sehen. Leider. Also. Sieht so dann aus. Oh Gott, ich bin so. Also. Oh, warte. Na, warte. Na, warte. Ja, verdammt. Aber ich hab's getrunken. Sieh mal einfach nur unsichtbare Sachen. Guck mal die Mini-Bombe an. Oh Gott. Na klar, außer die Mini-Bomme, die tut voll. Was passiert hier? Ja, toll. Du fliegt schon direkt weg mit dem ersten Schlag. Ich kann es gar nicht. Oh Gott, da bin ich hier. Ich sehe mich nicht. Ich glaube, er ist schon. Ich war gerade wie nah die Kamera gerade. Und dann ist er. Ecklusschlag. Guck mal, wie ich das hier hochhebe. Ah. Good going. Was? Hast du vergessen, dass wir Reflexionsteile haben? Auf der Land. Das war ich nicht so gut da mit junger Link. Die Geschwindigkeit sollte man noch mal lassen. Ich sehe dich. Oh Gott. Ich hab da noch mal einen Rettungsmuff gemacht. Und so fliegt soweit hoch. Ja, das ist einmal super. Oh mein Gott. Bäm. Oh Gott. Ich denke, sie fliegen. Äh. Warum fliege ich so hoch? Ja, ich weiß. Warte. Oh nein. Oh Gott. Es sind zwei Pixel, die einfach auf das Ding losgehen. Ich komme ganz langsam auf dich zu, Smashball. Oh Gott. Oh Gott. Ich fliege so hoch. Wo bist du? Ja, ich will da lange. Oh Gott. Ja, man macht das Ding. Ja, versuche mich mal damit zu treffen. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin auch voll die guten Luftkämpfer. Ja. Ey, welcher von den beiden bin ich? Okay. Ey. 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 Ich komme ganz langsam auf dich zu. Ey. Ey. das wird man irgendwie so. Zeitlupe irgendwie zwei, zwei Pixel beobachten, die sich gegeneinander bekämpfen. hier. Frisst Dreck. Wenn ich. No, 41 bisher. Ey. Ey. aber gar keine meine angebung einsetzen leider ich kann auch keine pfeile einsetzen nein weil die bombe verlaufen hat mir nicht gesagt wenn du bin ja okay habe ich gesehen kannst du mich nicht sehen wie kann ich mich nicht sehen noch deutlich sich bei mir hat jetzt wegen du hast mich okay richtig und jetzt habe ich hier aus das war einfach nur eine idee das ist eine absolute idee wir machen kaum schaden wir sind mini und wir sind unsichtbar was ist davon jetzt bitteschön er könnte den kampf hier entscheiden vielleicht oh gott wie riesig der einfach ist ja da voll umfährt oh gott wo bin ich sehe mich nicht ich sehe dich ich wollte immer noch okay gott war da was haben wir eben das video in ruhe auch smash vor ein stadt dingen ja ich möchte sich noch damit treffen da finde ich sogar geil jetzt vielleicht habe ich auch noch da war irgendwie nicht packt nein ok schenke ich denke sie gesehen ich dachte geworfen aber wie wird nach funktionieren nein wie ich das herausfinden wie hat er mich geschafft so zu greifen noch mal was hier gefunden hat du bist da da bist du ich sehe ich mache kaum los schieße ihn und zwar sagen die vom bombe ja auch jetzt besuchen irgendwie schwieriger als abkämpfen ja warum hast du diese große stage ausgewählt das habe ich wieder aus den augen da bist du nein dass ich nicht gesehen wenn wir soweit im fernsehen ich weiß gar nicht weil ich auf gesammelt hat aber irgendwann im boden channel aufgesammelt ach das ding ok da bringt ja gar nichts wenn ich so bist du da bin ich wo bist du bist du drunter was ist hier los ich habe schwer ich habe ein schwert kommen wir kämpfen aber auch ein schwert das meister schwert du hast du durften cookie schwert ja ich komme sogar da hoch das ist das hier wo wir haben nur drei leben ja auch heilung danke ja versuche mich jetzt einzuhalten das geht man kann die brauchen nicht ich will es echt nicht überraschen wenn ich mich so irgendwie selber raus da ist eine fliehende limousine allein binchen das mein erz fein nein da bist du auf 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 nach режuen und oben bin ich okay beauty and taste die ich hab jetzt bin ich der da war ich doch mal aus 69 prozent da ist glaube ich viel ich habe acht prozent ich glaube ich hatte mich damit raus aus ich habe übersteuert okay wie wird sie die musik davon noch ein paar malen nein nein der weg glaube ich weil ich das schwert ja ich habe schon hat schwer noch einmal du hast es gefangen damit kriegst du mich nicht auch ich habe damit kunden dinge da bringt doch gar nichts glaube ich ja das ding ist ja auch noch wer hat sich gemacht auch kaum schauen was die decke nicht auch die decke getroffen kuchen ich habe keinen bock das ist das dümmste match überhaupt das allergrößte mit 2019 werden sich leute in zehn jahren noch hier geschichten erzählen warum ist die kamera so weit weg diese kamera sie ist so mega scheiße der bin ich morgen ist kürtchen da oben ja deswegen ist die kamera so kacke ja genau gesehen unser wagen nein nein ist weg aus dem stage geworfen nein er ist einfach verschwunden da ist weg verdammt ob ich da nicht so vergesst hat die ganze zeit da wollte endlich die kamera mal wieder näher da kommt ganz langsam auf dich zu ich bin ich bin die schwerkraft hätten wir wissen vielleicht hätten wir das mit der schwerkraft lassen sollen ja ich habe irgendwie gar nicht zu treffen das ist so bescheuert aber auch wieder so schön also ich springe voll hoch auch hier nein mein fall fliegt nicht so weit mein bogen nein daneben müssen wir gleich mal ein schnelleres match machen ja vielleicht getroffen ich habe ich jetzt hoffen ich weiß es gemacht nein 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 weil ich finde dann so einen kilometer weg dann muss ich erstmal wieder runter kommen wir da auch schon wieder eine stunde wie lange geht dieser part schon ich glaube 20 minuten 19 minuten 18 minuten nein doch aber nein nein immer noch die punkte nein da wäre es jetzt gewesen wenn sich wir sind hat hier ist schon so aus wie dem schlachtfeld dieses eine dinge näher da bringt auch nichts ich will jemand kilometer weit nach oben da von luftkämpfe draus machen also kann ich treffe dich mit meinen drei treten nicht er ist das schlag habe ich schon ein kilometer nach oben muss ich mit allen meinen betreffen da wird aber einen kommentaren schreiben wie geil sagt kampus oder ob wir jetzt enttäuscht seid nein soweit erledigen ja klar das ist ein boss gegner ich sehe mich nicht ich will nicht gekämpft ich habe meine monster anteil nicht gerne gegen den kämpfen du bist voll nutzlos im moment und ich sehe mich nicht aufgrund der kamera ich habe dich gesehen ich habe dich gesehen kannst du mich da nicht sehen ach ja aber warte mal bist du denn jetzt nee also das ist doch viel größer als er ja und konnte deine hilfe trophäe mit meiner hilfe da kommt irgendwas geiles der prinz auf sable da kommt doch mal her nein nein ich will leben lebt er noch wenn noch nicht von meinem prinz hinweg von meiner prinzen rolle prinzen rolle ich hätte es gern eine prinzen rolle hast du mir gesagt nein leider schade schade oh nein oh nein ne weißt du was ich habe kein wort mehr lieber bringe ich mich selbst um ich wollte mich selbst umbringt tschüss tschüss ich wollte mich selbst umbringend ehrlich mit mir naja den karakter genau da bin ich ja und der pick nennt sich nur ja ich wollte mich selbst töten was ich so gut schön mit 5 extra einstellen oder wer und ja genau so weit aus wir haben 22 minuten ich denke das sollte auch für diesen part reichen wenn es nicht ja auch der part aber ich weiß ja nicht wie es dir geht aber ich fand das mega scheiße vor allem die map war viel zu groß die kamera war mega scheiße wir waren klein wir waren unsichtbar und wir konnten uns eigentlich mit fernangriff nicht angreifen okay könnt ihr mal sagen hat ja von diesem match gehalten ich fand es immer noch scheiße bis dann und ciao ja 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 ja